Hallo Leute, herzlich willkommen auf Niklas von der Gaming und wie ihr hier sehen könnt, spielen wir heute eine Runde Ark Survival Evolve. Es ist nicht exzente neuer Spiel, aus dem Grund, ich kann das Spiel im Moment im Moment noch nicht spielen, weil schon, dann werde ich dazu auch wieder springen. Ich habe mir gedacht, ich will mal wieder arg zu weit wie Wolf zocken. Also ich habe es früher auch gezockt, allerdings hatte ich irgendwie kein Rock mehr. Und was ist denn? Rock? Ne, ne, ne. Ähm, ich frag mich auch tatsächlich ein bisschen, warum was hier in der Regel ist. Ich muss später dann irgendwann mal gucken, ob das, ob ich das nicht spielen kann. So, wir haben hier 24 Level-Dinger und können jetzt hier auf jeden Fall einen Camper ja mal turnen. Dann hier auch Storm und auch einen Speer, weil das brauchen wir alles privaten jetzt. Diese drei Sachen brauchen wir auf jeden Fall. Kann ich mir das jetzt hier? Boah. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also, tut mir auf jeden Fall auch schon mal leid für euch. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht unbedingt, was wir jetzt noch mal alles so machen müssen. Ich weiß nicht mehr, wie das hier ist. Ähm, nein. Stop all your items? Nee. Okay, das kann ich einfach so machen, weil ich weiß nicht genau, was das hier ist. Also, ich habe mir den Smoothie-Wang. Also auch. Hoffenbar, ich schmeiße es hier nicht. Wir gehen Exploring? Ha. Hopp. So. Benahmen ist mir auch egal. Aha. Ich weiß nicht, was das für ein Viech ist. Ich... Joa, ich habe es jetzt auf jeden Fall. Okay, wir können ja auch mal ein bisschen... ... einsammeln und sowas alles. Ich muss nur auf Minus aufpassen, die mir was bösen tun sollen. Dann... Okay, was kann ich hierbei verkaufen? Aha, hier kann ich was quarten. Gut. Gut. Also Flint brauche ich denn Flint her. 13... Da, ich glaube ich schon. Ich brauche 16 Steine und Flint. Ich brauche auch Flint und da brauche ich auch... Ihr brauche keinen Quarten. Ich brauche mir mal einen. Dann habe ich auf jeden Fall eine Pig-Age. Ich weiß gar nicht, was das hier macht. It's sad and won't come out. Please. The season pass to make it. Aha. Hallo, wo sind sie? Die? Da. Hm. Ich glaube es... Ah... Was ist das denn? 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 Ein Stein? Heißt das gar nicht. Hm. Okay. Stein Stein Stein. Ich sammle hier erstmal ein bisschen Stein. So. Ich gehe ein bisschen... Was ist hier alles? So. Hier ist Schwein. So. Nein. In den Taten. So. Aha. Jetzt gehe ich in die Mitte. Oh. That's bigger than I thought. Hm. Ja, das denke ich auch. Okay. Äh. Ne. Gut. Das heißt, ich kann mir jetzt auf jeden Fall eine Spiel machen. Und wie viel brauche ich denn? Ich bin der Axt. Äh. Ich weiß nicht was das denn sein soll. Aber. Ich sammle hier einfach mal ein bisschen. Super bei euch. Super. Ja genau. Und jetzt brauche ich noch Holz. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Dad schreit. Ich weiß nicht was. Dad schreit. Ah. Das hier ist doch. Wahnsinn. 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 Hammer. Wow. Noch ein bisschen weg. So. Auch in der Wind und in der Wind. Eventual. In der Wind. Einmal die Axt. Und einmal die Waage. So. So. Jetzt muss ich auch mal wieder in Gesundheit rein finden. gut dann kann ich mir jetzt ein Lagerfeuer machen müssen auch mal gucken wie wir hier denn ein Haus also das hier sind ja irgendwie so die Häuser dann machen wir das hier einmal alles wenn wir uns nämlich eine kleine Bude bauen eine Tür wäre auch nicht schlecht ist okay Storage kann ich jetzt nicht mehr machen aber ist auch nicht so schlimm so ich weiß gar nicht was ich das hier brauche aber hab ich ja sowas schon also Dach was ist ein Dach ne das ist ein Dach gut machen wir hier mal ein von weil wir nur einen machen können auch eine Spür das jetzt ein Boden oder was ja es ist ein da ist es eine Decke ne das ist glaube ich eine Decke das sieht doch aus wie ein Dach irgendwas mit Flore und so steht gut dann sammle ich halt hier ein bisschen fasern 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 kann man hier aber so fasern ich hab ihn ja irgendwie runter ich kann mir endlich die Storage hier sind fasern ja aber das macht nix wo soll ich das denn bauen hier oder hier so am Wasser kann man das schon bauen und da ach mir fehlen drei ein Stück muss man hier irgendwas wo ich muss hier was man inventar wochen was schwer ist ja holz hab ich so viel äh split boah genau ne nicht zu gewonnen sondern die Hälfte genau das hier boah fasern 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 hier bam bam so jetzt jetzt kann ich mich doch hier eins machen hier so ein so mal gucken ob das jetzt nicht mehr das ist mir so schwer dass ich das gar nicht machen so ja bam pick up hallo hallo ah und dann kann ich das nicht mehr aufgeben oder was ja das macht ja nix so wie teuer ist denn eine Kiste da brauche ich auch wieder so welche waaat ich will in der Kiste erstmal alles so reinpacken ich bin zu späer gut dann packe ich mal das Brötchen ach ich könnte auch das Leuchtding hier machen das hier und ich sollte auch mal ähm eventuell mehr ein Speer machen als ich angekündigt werde woher kommen sie ach wenn jetzt wieder leichter ja gut Kiste was brauche ich nochmal für Kiste äh nochmal also 15 Fasern brauche ich noch gut da haben wir eben die 15 Fasern dann müsste ich dann auch da vielleicht wuppern holz 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 so perfekt jetzt perfekt und jetzt kann ich mir mal ob ich nochmal mein Place hier wird ein bisschen schwierig das wieder zu finden perfekt so ne Kiste genau eine so und dann baue ich mir auf jeden Fall nochmal von diesen Dingern hier ja ne Kiste gemacht so die Kiste platzieren wir jetzt hier einmal ähm ja die passt hier auf jeden Fall ähm ja die passt hier auf jeden Fall und dann können wir jetzt hier erstmal alles rüber packen was wir hier also nicht brauchen auch das Holz auch diese Tür hier da war eigentlich eine Tür auch das Mittfall natürlich auch diese Beeren habe ich eigentlich noch genug vergessen ich weiß es gar nicht ja die Steine auch das hier auch und das hier auch und das hier auch so genau so dann kann ich jetzt erstmal weiter Fasern durchdrehen weil wie brauche ich aktuell aber warte wohl weil machen wir erstmal ein Speer da brauche ich Silber, Flint und ja ok Silber Silber ist doch ja dann das Flint das kriege ich mit einer Spitzhacke und Holz ne gut perfekt dann mache ich das einmal ey ran lass mich so ich brauche ich brauche Fasern nicht auch nur Holz ne joa aber ich kriege ja auch ein bisschen Fasern das ist auch gut ja dann mache ich ihn nochmal kurz so hier kann ich hier zwei von machen ja dann mache ich auch zwei von sicher ist sicher sicher oh ich kann auch mein Silber rein ran sollte ich mich auf jeden Fall auch langsam um steigern zu machen so weil schnell sind wir ja eigentlich so gut jetzt ich rein so die sind jetzt weg ungefähr ja so genau rein nehme ich und mich dann würde das ja auch mal rein das passt doch gut dann muss er auf jeden Fall auch noch eine neue Kiste machen aber Leute das seht ihr gleich beziehungsweise in einem neuen Video wieder ja Leute wenn ihr das so gut fein habt dann hast du auf jeden Fall gerne mal ein Abo und ein Kommentar da ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen wenn ihr das ja ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen wenn ihr das machen könntet ja wir fehlen nur noch vier Abonnenten dann habe ich die 500 Abonnenten eben kurz machen so Wasser Wasser auch mir glaube ich sogar Leder so perfekt kann ich sogar gar nicht suchen warte man water 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 ah hier perfekt kann ich sogar craften dann mache ich das noch einmal dann haben wir nämlich auch Wasser vorgesagt an der kann fernig bei mir fehlt Pippa und ok Leute wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder haut rein Leute euer Sandow tschau tschau m ich ich für mich hier